also ihr öffnet die app fufox und dann geht ihr hier in den luftdrucksensor manche handys haben da keinen sensor dann messen die nix aber die anderen die messen hier etwas klickt auf einfach und hier ist so ein play symbol auf play und dann habt ihr in hektopascal den aktuellen luftdruck wunderschön gegeben also wenn euer handy diesen sensor hat auch die ipads haben die leider nicht und dann ist das ziel einmal in keller runter zu gehen den luftdruck zu messen und einmal oben in bei uns oben den luftdruck zu messen und da soll es einen unterschied geben und die idee ist ihr versucht es zuerst zu berechnen die änderung von dem luftdruck dann wird gemessen dann vergleicht ihr das und als letztes berechnet ihr die änderung von dem druck wenn es jetzt nicht luft wäre sondern wasser also so eine hohe hohe wassersäule die infos die ihr jetzt von mir kriegt ist folgendes also der der druck ist kraft pro fläche und so ein kubikmeter luft ja so ein kubikmeter luft hat eine masse von m gleich 1,3 kilogramm und das sollte genügen und wenn es nicht genügt ich mache ein zweites video wo ich mehr erkläre aber jetzt soll das erste mal mit diesen infos probieren bevor ihr dann das zweite hilfe video von mir kriegt genau